Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute Nacht wurde ein neues Update angekündigt. Heute am 8. Dezember kommt ein neues Update raus für Diablo 4. Im Laufe des Tages, wahrscheinlich erst nach dem Video hier, weil in den USA beginnt der Tag ja etwas später. Eine genaue Uhrzeit gibt es da nicht, aber heute im Laufe des Tages wird es ein neues Update geben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein in das Update, weil da gibt es eine ganz coole neue Information für den Schlachthof von Zier. Am spannendsten für mich ist tatsächlich, dass die Glyphen-Erfahrung erhöht wird. Also ab Tier 2, macht ja auch Sinn, Tier 1 gibt ja 1000 Glyphen-Erfahrung und Tier 2 gab bisher 1100 Glyphen-Erfahrung. Und das wird jetzt bis 25 komplett angehoben, damit auch wenn man kleinere Schlachthof-Dungeonsiegel abschließt, auch schneller die Glyphe leveln kann. Es gab natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Glyphen-Erfahrung, die man bekommt, wenn man den Schlachthof schafft. Oder man reduziert die Glyphen-Erfahrung, die man braucht, um die Glyphe, die Tränen des Blutes Glyphe zu erhöhen. Man hat sich dafür entschieden, dass die Glyphen-Erfahrung erhöht wird, die man bekommt, wenn man ein Siegel abschließt. Ähm, hätte man durchaus auch andersrum machen können. Finde ich ganz, ganz gut. Ähm, ich fand, es war schon sehr schwitzig. Man musste viele Dungeons machen. Also nur mal als Beispiel, meine Glyphe ist jetzt gerade Stufe 8 und braucht über 20.000 Glyphen-Erfahrung, um das nächste Level zu bekommen. Stufe 8 und braucht 20.000 für Stufe 9, ist schon extrem krass. Und ich meine, auf Stufe 16, 17, 18 irgendwo ist es schon 60.000. Und da kommt man natürlich nicht so weit mit 1.200, 1.100 in einem Tier-2-Siegel. Als nächstes wurden Afixe entfernt von den Blattsiegern. Nicht nur im Schlachthof, sondern insgesamt wurden die Blattsieger etwas genervt. Bedeutet, bestimmte Afixe gibt es nicht mehr. Welche wissen wir jetzt noch nicht. Das wird es wahrscheinlich erst später in den Patch-Notes geben, wenn der Patch dann da ist. Für mich ganz schlimme Afixe ist einmal diese Kugel um den Blattsieger drumherum und einmal diese Wände. Gerade für den Ball-Lightning sehr schlecht, weil dort die Bälle dann kaputt gehen. Vor allen Dingen, wenn man zwei Leute davon hat. Also einer, der mit den Wänden ist, einer mit dieser Kugel oder zwei Leute mit dieser Kugel, mit dieser Auge um sich herum, ganz schlecht. Und dann wurde die Difficulty and Damage reduziert. Also einmal overall 20% in allen Dungeons. Das heißt von 1 bis 25 ungefähr 20% weniger Damage, der reinkommt. Und von Stufe 1 bis 10 wurden die Tiers allgemein leichter gemacht. Bedeutet, Gegner haben nicht so eine krasse Lebenserhöhung. Das ist mir selber aufgefallen. Vor allen Dingen ab 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da wurde das Leben so extrem mehr. Da bin ich gespannt, ob ich jetzt nach dem Patchen 10er einfacher schaffe. Bei 10 ist ja bei mir aktuell Schluss. 9 war das letzte, was ich geschafft habe mit 8 und Krach. Und ich bin gespannt, ob ich dann 10 schaffe. Weil für 10 war ich bisher zu schlecht und zu schwach. Bin ich gespannt, ob das was wird. Und 1 bis 10, wie gesagt, für alle anderen, die vielleicht 1, 2, 3 bisher noch nicht so geschafft haben. Schaut jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Könnte sein, dass ihr da jetzt besser klarkommt. Weil, wie gesagt, einmal Leben und auch die Stärke der Gegner wurde da reduziert. Das Ganze, wie gesagt, heute am 8. wird das Update kommen. Und sie haben auch gesagt, sie werden schauen, was die Player, die Spieler, die Community noch so zu berichten hat. Und versuchen, das Event auch noch in den nächsten 6 Wochen oder jetzt nur noch fast 5 Wochen weiter zu verbessern. Das Ganze ist ja quasi ein Testlauf und soll dann später als komplettes Endgame-Feature mit reinkommen. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass so viele Leute wie möglich dort teilnehmen können und auch Feedback geben können. Wie sie das Ganze finden, was man besser machen könnte. Ich persönlich wünsche mir, dass man eventuell einmal sterben darf im Dungeon. Das würde vor allen Dingen Internetprobleme, Abbrüche und Lags und sowas vorbeugen. Oder sowas Dummes wie der Controller ist leer. Das kann man ja ab und zu auch nicht. Also klar, man sieht es, aber ihr wisst, wie das ist. Ab und zu passiert da schon mal, dass der Controller leer ist. Also einmal sterben fände ich schon ganz cool. Und vor allen Dingen der Multiplayer. Ich finde, der Multiplayer sollte da auf jeden Fall auch angepasst werden, dass die Leute, wenn einer stirbt, nicht für alle das Siegel kaputt ist. Sondern entweder kann man reviven oder dass der eine dann quasi raus ist, aber nicht alle anderen auch. Das würde ich mir noch wünschen für die Zukunft, für den Schlachthof von Sier. Sagt mir gerne, was ihr euch noch wünschen würde für den Schlachthof von Sier. Würde mich sehr interessieren. Und dann noch eine Kleinigkeit. Es gab auch eine Änderung, beziehungsweise mehrere Änderungen zu der Glüh für Tränen aus Blut. Ganz viele Änderungen und ich versuche die mal zusammenzufassen. Am Anfang war es 0,4% Erhöhung pro Level. Das wurde reduziert, als das Event live ging, auf 0,1. Und jetzt wurde das nochmal reduziert auf 0,02. Aber Adam Fletcher hat in einem Tweet gesagt, dass das Ganze theoretisch ein Net Increase ist. Weil das vorher irgendwie additiv war und jetzt ist es multiplikativ. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht so ganz begriffen. Fakt ist, aktuell kriegt man pro Level 0,02% Erhöhung anstatt vorher 0,1. Und es soll jetzt irgendwie multiplikativ sein. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz begriffen. Wenn ihr das mir einmal erklären könnt in den Kommentaren, wäre ich sehr happy darüber. Ansonsten würde ich mich wie immer sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.